Einer gegen eine Frau, ganz ehrlich. Ey, guck mal, was ist da los? Guck mal den ganzen Gang hier an. Was ist mit dir los? Ihr habt keine Angst, oder? Angst? Nein! Warum sollte man Angst vor Frauen haben? Jetzt hatte ich mal gehört, dass man das nicht macht. Wirklich? Nein. Christoph, hast du Angst vor Frauen? Wir mögen Frauen aber sehr gern. Ihr seht doch alle sehr bezaubernd aus heute Abend. Wirklich. Die schönste Presseecke des roten Teppichs. Wirklich? Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Du kannst dir die Antwort denken. Zu Hause? Nee, die Antwort ist keine Privatfragen. Wir beantworten auch keine Privatfragen. Bist du meine vier Kinder zu Hause? Bist du meine vier Kinder zu Hause?